Auf der Suche nach der Wahrheit über den Tod ihrer Eltern reißt ein Mädchen namens Christel durch die unendlichen Weiten des Alls. In einem abgeleben Teil des Lilith System erreicht sie plötzlich ein Hilferuch. Er ist weg. Gestab ist Geschichte. Glaubst du mal die Schussdinger machen, oder? So, nach oben drücken. So, kür ich. So, kür wir. Ucht! Achso, da sind immer noch so eine Dinger drin, ein bisschen. Holy moly, was ist los hier? Was nu? Das Gesicht, ne? Gewonnen! Was? 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 Das Abenteuer beginnt! Achso, und das davor war nix, oder wat? Verwende Stick, um Crystal auf der Galeone zu bewegen und drücke eben die Kamera hinter Crystal zu positionieren. Hör genau hin, hier ist noch jemand. Suche nach der Stimme. Einscheinend A, dann betrachte die Anzeige rechts oben. Dort wird erklärt, welche Aktion im Moment anbietet. Achso, welche Aktion A gerade anbietet. Ansprechen. Wenn du A drückst, können wir miteinander sprechen. Sobald A erscheint, überprüfe die Anzeige rechts oben, in der erklärt wird, welche Aktion zur Verfügung steht. Ja. Hast du, glaube ich, schon erwähnt. Suche unter Deck nach einem Gegenstand. Ein Palast-Schlüssel vom Corsora Palace. Nimmst dein Item auf, erscheint es im C im Winter. Bewege den C in eine beliebige Richtung. Um es aufzuruchen, drücke dann den C nach links oder rechts, um die Spalten zu wechseln. Jede Spalte enthält jeweils unterschiedliche Itemtypen. Okay. Achso, das hier ist schon so, yeah, mit Straven. Da brauchen wir mal aufschließen, wa? Ja. Geid. Ich bin meine lethalen, we will preceden die Biregian. Ich bin dein Kussin. Ich bin dein Kussin. Ich bin ein Universum, aber jede Seite, es sind... Ich bin dein Kussin. Wir gehen deine Familie, Koont. Schuldig auf! Ha, 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 ha! Schuldig auf! Multi-Winds! Kiel oft kommt wieder mit! Kiel, im Grunde, sollte ich jetzt sagen! Ha, ha, ha! Mwwak! Aung, der Kielak! A Jiko, Ilo-kiel, der only einen Row ist. Kielk! Der Geist ist ein schwerer Mensch, das sich um ihn zu tun hat. Das ist ein Schaaf, der wir in den Volumen gewinnen. Der Geist ist ein Schaaf, den wir in der Welt vorlegen. Der Geist ist ein Schaaf! Der Geist ist der Geist! Prozess, General! Moro dopkemo! Kiach, as dekelu! Pozbat keo yezo ev keo tashkof shuduk! Let's go! Ani to av kiach as neo keo tashkof shuduk as se matvem! Kiach, kiach okruz oa palas! Aboway we are Jato! Rollo ho suvik! Kiaka keo tashkof schweặt joshud kusou! Du hast den Kersledge Palace erreicht! Wirst du dein Spiel speichern, dann stecke eine Memory Card in den Steckplatz a, drücke Start, um das Spiel zu posieren. und das Spiel... Achso, und das Speichern-Beenden-Menü aufzurufen. Wähle eine der Optionen an, indem du den Stick betätigst und A drückst zur Bestätigung. Du kannst dein Spiel jede Zeit sichern. Dann machen wir das doch mal, oder? Das ging schnell. Das ging ja richtig schnell. Geh weg. Geh weg. Hat der denn gerade geschlagen? Die arme Sau. Das ist ein Benzinfass-Generator. General Skates hat ihn zurückgelassen. Er brauchte das Benzin für seine Sharp-Claw-Armee. Sobald du ein Fass verwendet hast, wird dort sofort ein neues generiert. Der Earth-Walker-König schickte uns den Palast zu schützen. Du bist hier nicht sicher. Wenn es gefährlich wird, dann drücke X, um schnell wegzurollen. Oh, cool. Dann rollen. Trostet mich das irgendwie auszudauern? Nö, nein. Das hab ich hier nicht. Oh, was haben wir denn da, Schönes? Leckere Puck-Puck-Eier. Eine Sharp-Claw-Delikatesse. Keine Angst. Das sind keine Dinosaurier-Eier. Es sind Eier der großen Puck-Puck-Vögel. Sind aber Vögel denn nämlich in dem Sinne auch Dinosaurier? Die Sharp-Claw halten diese Vögel nur wegen diesen Eier. Ist ein Ei und du wirst dich sicher wieder fit fühlen. Vielleicht das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Wenn C angezeigt wird, kannst du ein Item deines C-Inventars einsetzen. Bewege C in eine beliebige Richtung und die passende Spalte wird automatisch geöffnet. Drücke A, um das Item zu verwenden. Wow. Bäm, ihr Pisser. Achso, genau. Taucht er jetzt hier auf. Und ich mach mal auch noch weg. Was zum Henker ist das? Du hast eine Ananus gefunden. Eine deliziöse Frucht, die auf Dinosaur Planet wächst. Man findet sie oft in Körben und Kisten der Sharp-Claw. Oder sie hängen noch am Ananus... Ananusbaum. Ja, ist richtig. Manchmal lassen selbst Bösewichter welche fallen. Aber nur, wenn sie sie auch bei haben. Okay, ich hätte mal gucken sollen, ob die Sachen jetzt da ewig liegen bleiben oder nicht. Auf jeden Fall respawnen die Gegner anscheinend wieder. Nach einer bestimmten Zeit. General Scales hat seine Sharp-Claw und seine Sharp-Claw griffen an. Wir konnten sie nicht aufhalten. Es waren zu viele. Aktiviere vor einem neuen Abschnitt die Ego-Perspektive zum Umsehen, in den du Z drückst. Die Ego-Perspektive? Du solltest diesen Ort verlassen. Scales brauchte großes... ...brachte großes Unheil über diesen kleinen Last. Schau vorsichtig um die Ecken und laufe seitwärts. Halte dazu L gedrückt und bewege den Stick. Aua. Ist der mich gerade echt getroffen? Wer hat das denn geschafft? Die Ego-Perspektive Die Ego-Perspektive Okay, dann muss ich ja irgendwie vorbei. Und dann... Da geht. Das Geld hat den Palast angegriffen, um die Kuzora Geister zu stehlen. Wir besitzen große Macht und dieser Tempel war ihnen für Jahrmillionen ein sicherer Hort. Da wir die Schabklors nicht besiegen konnten, versteckten wir die Geister auf dem Planeten. Dann entfessete Skate das Böse in dem Palast. Bei ihrem überstürzten Aufbruch übersahen die Schabklor mich und schlossen mich hier ein. Achso. Falls man daneben wirft, ne? Aus Versehen seinen Arsch getroffen. Okay. Und da. Warte mal eine Ball zu hoch, muss ich mich veräppeln? Wenn er was bringt, wie ist das, man da sich rollt? Warte. Boom, Junge, boom. Dann wirft man am besten das Fass, ne? Auch vor dem Feuer? Das scheint ja so, ne? Jetzt habe ich es getroffen, komisch. Also für damals sah das echt gut aus. Achso, die kann damit gar nicht runterspringen. Oh. Brigue 1, Lebe und herbe Krankenhäuser ist. Brailleurs, wir leben in der Nähe des Damn und herbe und herbe. Die Mutter für Sie ist nicht so weit, aber wir leben in der Nähe der Frau. Wir leben in der Nähe der Frau und herbe und haben das Leben werden müssen. Wir leben in der Nähe des Und herbe. Wir leben in der Nähe des Dieux, für Sie leben in der Nähe des All. Genau, waren wir, wenn sie einen Schuss hatten oder sie besonderer hatten. Und wir sehen uns auch aus dem Korsuch. Korsuch, durch ein Korsuch und ein Nachmittag haben wir, auf dem Korsuch zu kommen. Und wenn sie sich um Korsuch auf den Korsuch ausk sabem, oder sie sich um Geld und um Geld zu kommen. Und wir wissen, dass der Korsuch das Geld auch wieder ist. Aber du weißt, wasore ich ein Geld? Kursow-Schwein Keut, Hokit, Kei, Mo. Am Deck, Widwo, Utun, Kotso. Der Irrforker König schickte uns, den Planeten zu schützen. Bist ihr nicht sicher? Wenn es gefährlich wird, dann drücke X, um schnell wegzuräumen. Stargate, yeah. Voller geiler Wasser-Effekt für den Gamecube. Guck mal, sogar mit Spiegelung, ey. Ist das Raytracing? Nee, Raytracing war Licht. Dies ist ein Warpfeld zum Chrysora Shrine. Stell dich in die Mitte und drücke A, um in den Schrein zu gelangen. Hallo Mike. Mensch, hast heute schon Ori verpürzt. Hab heute schon Ori angefangen. Und jetzt spielen wir ein bisschen Starforce. Schön, dass du da bist, Mike. Wie geht's dir? Hallo Mike, hallo Mike. Wie geht's dir, Großer? Heute schon wieder Freitag? Oder letzte Woche erst? Dies ist der Eingang zum Chrysora Shrine. In ihm verbirgt sich ein Chrysora Geist. Man versteckte die Geister, denn ihre Macht ist groß. So groß, dass sie in falschen Händen katastrophal wären. Doch in den richtigen Händen kann sie Frieden bringen. Es gilt, sechs Geister in den Chrysora Palast zurückzubringen. Finde den Geist, der sich in diesem Shrine aufhält. Bestehst du den Test, so wird er dein sein. Oha, ey. Schaff ich noch, schaff ich noch, schaff ich noch, schaff ich noch. Das ist ein Rotsiegetor. Die Geister, die darauf zu sehen sind, zeigen an, wie viele Bösewichter du besiegen musst, um es zu öffnen. Nein. 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 Also ich bin zu leicht. Hä? Wo ist denn der Gegner? Schafft. Test 1, Test der Observation. Sieh genau hin, wo ich mich verstecke. Sobald die Ohnen stillstehen, musst du mir nur zeigen, in welchen ich mich verstecke. Finde mich dreimal hintereinander und ich kehre mit dir in den Crusoe Palace zurück. Ich muss nur hinlaufen. Okay. 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 Yes. Okay. 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 Großartig, du hast den ersten Kursorer Geist errungen. Er wird so lange in dir bleiben, bis du ihn zum Kursorer Palace gebracht hast und ihn dort freilässt. Ja, war ja noch easy, kommen noch viel schwierigere Tests. Er wird so lange in dir bleiben, bis du ihn zum Kursor, bis du ihn zum Kursor, bis du ihn zum Kursor, bis du ihn zum Kursor. Jetzt derselbe Text wie vorher auch. Geist entlassen. Geist entlassen! Geist entlassen! Geist entlassen! Geist entlassen! Geist entlassen! Geist entlassen! Gefangen. Währenddessen in einem abgelegenen Gebiet des Leidesystems. Affirmative. I'll get back to work. Hey, Fox! Isn't this music getting on your nerves? I'm trying to work on my maps! Okay, old-timer. Turn it down, Slippy. Hey! Slippy! It's General Pepper! General Pepper here! I have a new mission for you, Fox! You are approaching Dinosaur Planet, an ancient world on the edge of the Lylat System. As you will see, chunks of the planet have been torn from its surface. It's your job to get them back. If Dinosaur Planet explodes, it could affect the entire Lylat System. The only lead we have is that you must locate the Queen of the Earthwalker Dinosaur Tribe. Maybe she can help you further. By the way, your fee has been approved. If you are successful, then the money will be forwarded to you immediately. Pepper out! You heard the General? Let's do it! You heard the General? Let's do it! Let's do it! Do you have a Mookie by Lylat Wars? Let's do it! Das ist irgendwas Vulkaniges, irgendwas Eisiges. Und so was wie Dschungel und da unten, was ist das? Irgendwas mit Wasser? Obwohl wir sind es ja hier eigentlich, ne? Hier haben wir es doch, Eis? Keine Ahnung. Na okay, man erkennt nicht wirklich viel. General Pepper here! Your mission takes place on Thorntail Hollow. Locate the Queen of the Earthwalker tribe. She will help you further. Pepper out! One gold ring to reach Dinosaur planet! Ein gold ring nur? Na gut, das schaffen wir doch, oder? Das ist die Mucke von, 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 von Corner. Was? Was? Kann ich denn noch komplett daneben fliegen? Ach guck mal, da zählen sogar noch die anderen Highs Ghosts. Wie geil ist das denn? Jetzt spiel ich doch noch gegen mich selber, oder was? 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 Nice fl tech. Great flying, Fox! For a moment I thought you weren't gonna make it. Very funny, sir. I know! Now on to Business! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, General, but what about a weapon? Why couldn't I bring my blaster? It's always the same with you, Fox. Shoot first, ask questions later. This mission is about saving the planet, not blowing it up. It requires a different tactic. Try using your head. Yeah, yeah, very funny, sir. Fox out. General Pepper here. I'll display your current mission status. Highlight an object and press the A-Button for information. 5% haben wir schon vom Spiel. Nice. There's a lot of money resting on this, Fox. Keep up the good work. Hi, Fox. World Map downloading. Fox, I've been studying your mission. Read the information on screen. Okay, das war also der Formtelbund des mächtigen Hühnensteins. In dem geschützten Tal kann man in jeder Hinsicht neu auftanken. Auch im Bazar. Scanners indicate that this is your current position. You're not finished here yet, Fox. If you're stuck, contact Slippy. I hope my information is helping you, Fox. Peppy, signing off. Hi, Fox. It's Slippy. Seems like you need some help. Hi, Fox. Ich werde dir helfen, wenn du nicht weiterweist. Es ist wohl schon so weit, wie? Suche nach einer Art Waffe. Sie muss irgendwo im Boden stecken. Come back when you need me. Slippy, over and out. Hallo, Loco. Hallo, Fremde. Ich bin Tanta. Äh, 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 bisher herrschte Frieden. Doch Scales hetzte seine Armee von Sharpclaws auf uns. Sie sperrten die Earthwalker-Königin ein. Hoffentlich geht es ihr gut. Du solltest nun etwas über unsere Welt erfahren. Hier wachsen viele Bäume, deren Früchte wir Ananüsse nennen. Sie schmecken herrlich. Finde einen Weg, sie vom Baum zu holen. Denn sie sind süß und äußerst nahhaft. Sprich auch mit den anderen, Thorntail. Sie können dir noch viel mehr erzählen. Hallo, mein Freund. Du siehst doch diesen Kreis aus Steinen hier neben mir. Mit etwas Geschick könnte man sie hochstimmen. Du würdest dich wundern, was da alles herauskrabbelt, wenn man sie hoch genug stemmt. Ich würde ihr helfen, aber unsere Königin hat mir befohlen, mich nicht von hier weg zu rühren. Nur geladene Gäste dürfen den Hühnenstein sehen. Oh, das ist Crystals Stab. Aufheben. Das ist Crystals Stab. Ich glaube, der hat kein einziges Wort verstanden. Das ist eine Bombenbronneli. Ich versuche sie zum Explodieren zu bringen, damit sie ihre Sporen verteilt. Sammle die Bombensporen, denn sie sind äußerst hilfreich beim Einreißen rissiger Felswände. Leider produzieren sie selbst keine Sporen, wenn du sie einmal einpflanzt und dann auf sie schießt. So, das Ganze mal auf Deutsch, bitte. Wie gesagt, Fox versteht sie ja selber nicht, von daher ist das okay. Der Translator ist noch in Arbeit. Du hast eine Magiekristall aufgenommen. Es gibt unterschiedliche starke Kristalle. Sie füllen den Stab Magiemeter auf. Schlage sie von der Pflanze und hebe sie auf. Habe ich gerade gemacht, ja. Dies ist das Sporenbeet einer Sporen... äh, einer Bombensporen. Pflanze die Spore ein und warte ab, was passiert. Ach, guck mal, der springt automatisch, wie bei Link und Zelda. Was ist das? Das ist ein Peser. Peser sind das Zahlungsmittel auf Dinosaur Planet. Natürlich sind sie von unterschiedlichem Wert. Je wertvoller ein Peser, desto flinker ist er. Ohne Peserbeutel kannst du nur 10 Peser bei dir tragen. Ansonsten hauen sie mir ab. Der klettert automatisch hoch. Der springt auch automatisch, ne. Nur da wollte er sich nicht automatisch festhalten. Warum auch immer. Stiftsporen, ja, dachte ich mir schon. Ja, ich war nicht mittig genug. Okay, was ist das? Sieht aus wie eine Energiequelle. Special Orb. Eine Energiezelle. Der Treibstoff für den Arwing. Rob hatte ein paar Probleme, sie zur Oberfläche des Dinosaur Planet zu schicken. Das bedeutet, sie sind überall auf dem Planeten verteilt. Du brauchst sie, um vom Planeten abzuheben. Und zu den Erdbrocken im Orbe zu gelangen. Ja, bin ich ja froh, dass ich schon mal zwei hab, ne. Ja, ja, sehr gut. Kann sich mal einen anderen anstinken, aber doch nicht mich, Mensch. So, was haben wir hier noch? Nichts. So. Das ist ein Fight-Damage. Hab' auch keinen geschadelt, oder? Händ' wir Feuer. Hier haben wir so ein komisches Spawn-Ding. Aber man muss schon sagen, das sieht schon echt geil aus, ne. Wie hier so dieses Gras so. Und vor allen Dingen, der Fuchs hat ja auch noch ganz, 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 ganz viele Haare. Die sieht man ja auch kaum. Der hat richtig viele Haare. Also, es sieht aus wie Haare, aber im Prinzip ist das nur eine sehr, sehr raffinierte Technik, die sie da benutzt haben. Okay, zehn Scarabs hab' ich jetzt. Äh, nee, Pesa heißen die. Scarabs. Zehn Pesa hab' ich jetzt. Was ist das? Hier entlang zum Capclaw. Capclaw. Also, ich brauch' erstmal einen größeren Beutel. Ohne größeren Beutel geht hier gar nichts. What? Was war das? Das ist ein Lanzensprung, das ist eine Lanzensprung-Platte. Wähle deine Stabtechnik im C-Inventar an, wenn du von der Platte stehst, um buchstäblich in die Luft zu gehen. Aber diese Technik hab' ich da noch gar nicht. Was ist da noch? Energie-Zellen-Scanner. Info-Scanner. Aha, okay. Hat das nicht alles so gegeben, ne? Frontal-Bazaar. Sehr schön. Willkommen zu meiner Stab. Willkommen zu sehen, dass die vielen wunderbarer Sachen in diesen Wallen sind. Ich habe Food, Special Goods, und viele Maps. Und wenn du gerne spielen möchtest, dann in der Scarab Room. Oh, und das ist der Exit. Okay, danke. Jetzt, wenn du etwas, was du möchtest, dann wählst du das Item und wir diskutieren. Ist das klar? Well... Gut, jetzt, gehst du etwas, oder gehst du raus. Es gibt viele Überraschungen in meiner Store. Matic, Granitpraline, Klimmerfliegenlampe, Capclaw-Karte, Snowhorn-Artefakt, hier gibt es noch eine Karte, hier gibt es noch eine Karte, hier gibt es noch eine Karte. Wir brauchen einen größeren Geldbeutel. Hat der sowas hier nicht? Bombensporen bietet er mir hier an, eine Energiezelle, Flitzpilz, Puckpuck-Eier, Puckpuck-Ei, Ananüsse, eine Ananuss, oder Flimmerflieger. Auch keine größere Geldbörse. Wo? Falsch? Warte mal, hier sind die Karten. Hier sind ja eigentlich nur Karten, ne? Hier können ja sowas gar nicht sein. Hier sind wirklich nur Karten. Okay, ich hab gedacht, der bietet mir hier irgendwie eine größere Geldbörse an. Auf dem Bazar, aber... Das sieht auch nicht so aus. Na gut, dann holen wir uns... Ähm... Capclaw-Karte... Ne, warte mal. Wo sind wir denn jetzt eigentlich gerade? Drachenfels... ...Aqua-Quellkarte... Capclaw, los, komm. Do you pay this much? Meinst du, der macht für vier nie, ne? Ich glaube, du kannst einen Preisnachlass von 10, 15 oder 20, aber ich bin mir da nicht so sicher. Summe mithilfe des PDA die Karte heran oder weg, um alle verborgenen Höhen und Gänge zu entdecken. Okay, wir haben jetzt was für fünf gekauft. Lass uns mal die hier auch noch holen. Schade, dass wir keine größere Geldbörse bekommen. Okay, im Prinzip ist es immer derselbe Text. So, dass sich der Kartenname ändert. Okay, dann gehen wir erst mal wieder raus, oder? Was war das hier? Hurry and choose something! Oh, get out! Hm, ich glaube, ihr könnt einen schwangen. Einen? Oh, ein bisschen mehr als einen. Ähm... Was ist das hier? Geh mir 20 Skarabs und ich gebe dir einen Geat-Token. Wirf mir 20 Pierser herunter und du erhältst eine Cheat-Münze. Ich glaube, was hast du hin zu sagen. Hier gibt es eigentlich nur diesen Baum zu sehen. Wenn du etwas wirklich Nützliches suchst, dann geh doch zum Bazaar. Siehst du die Öffnung zwischen den zwei Fackeln? Da ist der Eingang. Steige einfach hinunter, dort kannst du... Äh... Sicher sehr hilfreiche Items erwerben. Was brennen, Büsche, Baum? Ähm... Mampf, mampf, mampf. Nicht jetzt! Na, wie läuft's denn so? Kennst du die Magielinien? Sie liefern deinen Stab Energie, mit der du deine... äh, seine Spezialtechniken einsetzen kannst. Du hast doch einen Stab, oder? Egal, schlage sie ab und nimm den Magiekristall auf, der herunterfällt. Und keine Bange, sie wachsen schnell wieder nach. Mondbergpass. Ne, wir suchen immer noch die Prinzess... Nee, nicht die Prinzessin, die Königin suchen wir noch. Wo ist die denn? Aha, dann kommen wir von der anderen Seite irgendwann mal. Ah, dann ist das wie so ein Shortcut. Ja, dann können wir ja mal runterrutschen. Schön. Wo waren wir denn jetzt hier noch nicht drin? Hier waren wir noch nicht drin. Vier Gegner allein. Können wir uns hier mal warten auf mich. Aua. Oh, backbums. Musik ich habe mal verstanden was die gesagt hat die sind ja richtig lang gewesen 9 das reicht doch schon gar nicht noch ein mehr das nicht anders kann man hier nicht irgendwie runterspringen muss man jedes mal runter klettern scheinbar runter klettern ist sein ding ey ok warte mal lass mich mal bei karten gucken wie heißt das ding hier? thorn? 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 oh was mit thorn? thorn thalt? ja da haben wir es doch da haben wir mal eine karte davon karten sind wichtig das sollte man immer haben hat er noch eine andere karte für fünf mondbergpass lightfoot schwarz das ist ja fast gar nichts hier hätte man sie ja auch umsonst geben können ok oder? wenn man ehrlich ist das ist ja auch umsonst geben das ist ja auch umsonst geben das ist ja auch umsonst geben nehmen wir mal drachen felds noch mit du pay this much ok i'll sell it to you dann gehen wir erstmal wieder raus ne oh guck mal jetzt haben wir auch eine karte da kann ich sogar rein zoomen und raus das ist so gut ein stab leuchtet Das ist gut. Du hast dein erstes Stab-Upgrade erhalten, das in Ferris mit genügend Magie durch die Magiekristalle kann es zu vielem eingesetzt werden. Bewege den C-Stick.